Nein, von... Nein, 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 Diele, du tötest mich nicht, nein, du tötest mich nicht, auf keinen Fall, nein, ich renne jetzt hier auf und davon. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu meinem allerersten PvP-Event. Ich bin heute im Team mit der lieben Wesley. Hallo. Hallo. Und im Chat steht schon, dass der Kampf in 20 Sekunden beginnt, ich bin schon richtig aufgeregt. Ich nicht. Ja, du bist nie aufgeregt. Für mich ist es ja schon die zweite Folge, von daher. Oh mein Gott, hier gibt es noch einen Hinterausgang. Oh, ich habe Angst. Ich habe echt Angst. Komm, wir verstecken uns einfach. Ach ne? Komm, wir verstecken uns einfach die ganze Folge. Oh, das bist du. Ich dachte gerade, das wäre jemand, ich hätte gerade so Angst. Okay, ich habe schon mal aufgeladen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh ja. Oh, Herr Bergmann kommt, glaube ich. Oh oh. Ne, das geht mir auch gar nicht klar. Gut. Okay, gut. Dealer ist da oben. Wir werden sterben. Wir werden direkt abkratzen. Ich sage es dir. Ja, ich habe auch Angst, aber ich gehe jetzt mal hier hoch. Dann müsste es doch normalerweise einen Balkon geben, oder? Äh ne, ich glaube hier nicht. Ob doch, obwohl doch hier ist der Balkon. Ah doch, hier, hier, hier. Warte, wo bist du? Hier. Bist du tot? Nein, wir sind nicht. Ah gut, da. Perfekt. Oh, ich glaube ich habe, ich habe einen getroffen. Okay, perfekt. Wieso fällt man hier die ganze Zeit runter? Und, Schuss. Okay, ich mache mit dir mit. Und, Schuss. Nein, oh mein Gott. Ich habe ihn nicht getroffen. Ich muss hier. Ich habe Angst. Ich bin... Oh, unten, 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 unten. Da kommt jemand hoch. Ja, ich sehe es. Ich sehe es. Delay. Wie bist du wieder hier reingekommen? Nein, Delay ist richtig gut. Ich komme da irgendwie nicht mehr rein. Warte, ich komme vom Eingang aus rein. Delay. Herr Bergmann ist da unten. Oh mein Gott. Ich sehe es. Er weiß doch, dass wir hier sind. Er weiß es. Das ist Delay. Wo bist du? Oh, fuck. Oh, oh. Wenn er kommt, dann schieße ich einfach raus. Fuck, ich habe nur noch drei Herzen. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich renne einfach weg, ja? Oh, sie sind unten. Sie sind unten. Okay. Ich weiß, rennen die mir hinterher? Ne, gut, rennen sie nicht. Wo bist du? Ich bin hier oben. Oh, 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 oh. Renn weg, renn weg. Ja, ich muss runter. Okay, bin weg. Fuck, fuck, fuck. Oh mein Gott. Ich bin gerade... Ich gehe jetzt mal ganz schnell ins Gasthaus. Ja, okay. Ich bin auch da. Okay. Perfekt. Ich will nicht sterben. Oh, ich auch nicht. Oh mein Gott. Ich habe gerade die ganze Zeit so Mini-Lags richtig eckehaft. Ja, ich auch. Wir müssen zusammenbleiben. Ah, hu, hu. Mach mal keins. Wenn du mich jetzt abgeschossen hättest, Juni. Oh, ich... Ja, ich war ganz kurz davor. Okay, so. Ich lade auch schon mal auf. Oh, oh. Kommt einer von hinten? Oder von da oben? Ja. Ja, Herr Bergmann. Die haben uns auf uns abgesehen, Junge. Ja. Wir werden sterben. Ja, die wollten uns natürlich gleich wieder targeten, ja? Geht aber gar nicht. Ist doch immer so weinsinnig. Ja. Aber Indianer kennen keinen Wert. Keinen Schmerz, okay. Also mit einem guten Treffer ist man hier in Two-Shot. Ja. Oh. Ich hab's gemerkt, so. Moment, äh... Ich glaube... Oh, da war das GLP. Oh, selbstgespräch, selbstgespräch. Ich hab Angst. Ah, das ist GLP, okay. Mit... Wem teamt der denn überhaupt? Ja. Oh, da oben in dem Hotel. Wer ist denn da? Herr Bergmann. Den möchte ich... Ich... Nein, nein, nein. Die sind... Ja, die möchte ich ungern töten. Oder auf die gehen, weil die sind gut. Sind ja schon von Anfang an alle dabei. Oh, wann. Kacke. Hier wangst. Fuck, fuck, fuck. Wir sind... Fuck, renn weg, renn weg. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Nein, ich... Ich öffne die Kisten die ganze Zeit. Ich muss weg, ich muss weg. Nein, hier ist selbstgespräch. What the fuck? Oh mein Gott. Lauf. Renn weg, renn weg. Wie weit... Wie weit dürfen wir... Ja, ich lauf auf die andere Seite hinter dem Haus. Ich denke, wir würden schon relativ... Oh fuck, ich renne zu den Feldern. Okay. Renn auch mit, renn weg, renn weg. Ich weiß ja nicht mal, wie weit wir gehen dürfen. Ich glaube... Scheiße, Mann, scheiße. Ich bin tot. Nein, 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 nein. Ich bin tot. Okay, ich glaube, du musst dich jetzt muten, oder? Ja. Okay. Oh mein Gott, nein. Nein, oh mein Gott, ich bin auch gleich tot. Geil. Takaishi töte mich einfach. Nein, Takaishi, tu das doch nicht mit mir. Ich liebe dich doch. Nein. Töte mich nicht. Töte mich nicht. Bitte nicht. Oh mein Gott, Leute. Ich bin so aufgeregt. Nein, von... Nein, 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 Dile. Du tötest mich nicht. Nein, du tötest mich nicht. Auf keinen Fall. Nein. Ich renne jetzt hier auf und davon. Mich bekommt keiner hier. Nein. Nein. Takaishi hat mich getötet. Nein. So. Gut, Leute. Das war's. Äh... Das war's. Ich bin jetzt hier im Spectator-Modus. Und, äh... Gut. Haut rein, Leute. Dankeschön. Äh... Bis zu sehen und ciao. Tschau. Es wird nicht mehroli.